Frankreich hat jetzt gerade eben angekündigt, dass vorsorglich in 20 Ländern die Botschaften geschlossen werden. Werden die Sicherheitsvorkehrungen für deutsche Botschaften auch verstärkt oder wird in der Zwischenzeit auch daran gedacht, Botschaften ganz zuzulassen? Die Botschaft in Khartoum ist derzeit geschlossen, auf einen unmittelbaren Notbetrieb beschränkt. Die Sicherheitsmaßnahmen für andere Botschaften und Auslandsvertretungen sind erhöht worden. Über Details möchte ich aus verständlichen Gründen nicht sprechen. Ich rufe alle auf, gerade auch solche, die sich auf ihre Meinungsfreiheit zu Recht berufen, auch verantwortlich zu handeln. Nicht der ist der größere Freigeist, der jetzt auch noch absichtlich und mit erkennbarer Wirkung Öl ins Feuer gießen will. Und das wird das erste muslimische Wettbewerb sein. Was ist dein Name? Ich bitte Sie das bei allem Verständnis dafür, aber so wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht. Jafor! Sein Name ist Jafor! Jafor? Ihr kauft mir den Schneid nicht ab! Do you like the women? No! Jafor does not like the women!